Hallo Freunde, jetzt geht's mit dem Warm Up los. Wir machen mal wieder unser alternierendes Tabata, dieses mal mit Handstand halten. 20 Sekunden, wenn möglich, gegen die Wand. Ansonsten eure altbekannte Skalierungsoption mit Füßen auf der Kiste, Hand, Schulter, Hüfte in einer Linie. Wenn ihr 20 Sekunden habt, gibt es 10 Sekunden Pause. Im nächsten Intervall 20 Sekunden Air Sports. Unter Parallelräume oder so tief wie es euch eben möglich ist und wieder einmal gestreckt stehen. Dann wieder 10 Sekunden Pause und so weiter, bis ihr die 8 Intervalle habt. Das Workout für heute sind 5 Runden bzw. 20 Minuten, ein alternierendes Every Minute on the Minute. Es los geht, erste Übung, 5 Full Lunges auf dem einen Bein. Und dann, wenn ihr mit dem einen Bein durch seid, 5 Full Lunges auf dem anderen Bein. Der Rest der Minute ist dann Pause. Dann geht's weiter mit 20 Sekunden Side Plank auf dem linken Arm. Die Variante, die der Marco jetzt vormacht, ist die Standardvariante. Ihr könnt auch einen Fuß vor den einen stellen, dann ist es ein bisschen leichter. Oder wenn ihr euch leicht tut, dann nehmt ihr das eine Bein nach oben. Genau, wenn ihr 20 Sekunden habt, erste Minute wieder Pause. Dann geht's in der nächsten Minute weiter mit 10 Elbopuls. Schulter weg vom Ohr, schiebt euch vom Boden weg, Rücken bleibt stabil und dann oben auf jeden Fall kurz Kontrolle zeigen. In der folgenden Minute gibt es dann 20 Sekunden Side Plank auf dem rechten Arm. Gleiches Spiel wie vorhin. Wenn ihr die 5 Runden habt, aka 20 Minuten, seid ihr durch. Viel Spaß!